Die Börsen stehen im Jahre 2017 womöglich vor einer Zerreißprobe. In Europa finden gleich mehrere richtungsweisende Wahlen statt. Auch der Brexit bleibt natürlich ein Thema und in den USA kündigt sich wohl nun endgültig die Zinswende an. Wie sollten Anleger nun mit diesem explosiven Gemisch umgehen? Das wollen wir erfragen bei Vermögensverwalter Mirko Kohlbrecher von Spiekermann & Co. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Kohlbrecher. Zunächst aber noch ein kurzer Blick zurück, denn auch 2016 war ja ein Jahr mit vielen einschneidenden, Erlebnissen für die Anleger. China-Crash am Beginn, Brexit, die Wahl von Donald Trump. Es gab zwischendurch zweistellige Verluste, aber am Ende blieb doch ein ganz respektables Plus übrig. Wie ist denn nun die Lage zu Beginn des neuen Börsenjahres einzuschätzen? Ja, die positive Entwicklung der letzten Monate ist gut untermauert. Zum einen hatten wir sehr gute Unternehmenszahlen. Viele Unternehmen haben Umsatzrekorde geschrieben, das war also sehr positiv für die Börse. Ein weiterer Punkt ist die Arbeitslosenzahl, die ist in den USA und in Deutschland sehr positiv nahe der Vollbeschäftigung. Und der Ölpreis als Krisenindikator hat sich stark normalisiert, notiert jetzt zwischen 50 und 55 Dollar. Also da ist eine Normalisierung zu erkennen. Aber man muss jetzt auch sehen, das ist in den Preisen an der Börse eingearbeitet. Wir haben jetzt eine Bewertung in den USA mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19. Das ist so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Also insofern, Schnäppchen sucht man zurzeit sehr, sehr schwierig. Und auch die Volatilität, also die Schwankung an den Börsen ist sehr gering. Das heißt, die Anleger machen sich wenig Sorgen um die Zukunft. Wir gehen zwar davon aus, dass die Börsen noch bis in den Sommer hinein etwas steigen können. Dann wäre für uns allerdings ein guter Punkt, auch mal die taktische Aktienquote zu reduzieren. Sicherlich eine der wichtigsten Fragen in diesem Jahr ist die Frage nach der Zinsentwicklung. Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten sehen wir eher fallende Zinsen in den Industrienationen. Aber in 2016, das wissen wir seit dem Sommer in etwa, hat sich dieser Trend nicht fortgesetzt. Doch die zehnjährige Bundesanleihe ist mittlerweile ja wieder im Plusjahr-Kohlbrecher. Wie beurteilen Sie denn diese Entwicklung? Ja, also wir sehen jetzt zum ersten Mal Inflationsdaten, die man als nennenswert beschreiben kann. Wir haben jetzt aus Deutschland Inflationszahlen bekommen, die liegen um die 1,8 Prozent. Also insofern, das begründet ja auch dann entsprechend steigende, etwas steigende Zinsen. Und wir gehen schon davon aus, dass sich dieser Trend etwas weiter entwickeln wird, positiv entwickeln wird. Das liegt auch am Ölpreis, denn der steigende Ölpreis sorgt natürlich auch für eine gewisse Inflation. Aber in der zweiten Jahreshälfte oder erst ab 2018 kann es sein, dass wieder deflationäre Kräfte die Oberhand gewinnen. Denn die steigenden Zinsen könnten die Wirtschaft dämpfen. Das ist der eine Punkt. Ein weiterer Punkt ist der starke Dollar, der für die Schwellenländer belastend ist, weil die Schwellenländer sehr hoch in Dollar verschuldet sind. Und der dritte Punkt wäre China. Die Chinesen haben ja auch in 2016 eine sehr ausgeweitete Fiskalpolitik gehabt. Die sind nach wie vor in der Situation, dass sie ihre Exporte fördern müssen. Das würde aber die tiefere Preise in die Welt exportieren quasi. Und das könnte dann auch wieder dämpfend auf die Inflation wirken. Also insofern weiterhin ein Kampf zwischen Inflation und Deflation. Beim Thema Inflation und Deflation sind wir relativ schnell beim Thema Goldpreis. Der ist in den vergangenen Jahren tendenziell eher gesunken, war aber einer der Top-Performer des Jahres 2016. Kann man vor diesem Hintergrund von einer geglückten Bodenbildung sprechen? Ja, also wir gehen definitiv davon aus, dass wir hier von einer Bodenbildung sprechen können. Wir sehen für 2017 drei wesentliche Treiber. Zum einen sind es die Realzinsen. Also wenn man von den normalen, von den Nominalzinsen die Inflationsrate abzieht, hat man einen negativen Ertrag. Also das war immer historisch gesehen ein guter Treiber für den Goldkurs. Der zweite Punkt ist einfach Donald Trump und die Unsicherheit, die er ja auch in einigen Bereichen hat. Insbesondere zum Thema Staatsschulden. Er will ja die Steuern senken für Privatpersonen. Und auch für Firmen will er ja den Steuersatz auf 15 Prozent beschränken. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Schulden nochmal ausgeweitet werden. Und die Amerikaner sind schon relativ hoch verschuldet. Wenn die Schulden nochmal massiv ausgeweitet werden, wäre das der positive Gold. Der dritte Punkt ist Indien. Indien ist immer schon ein starker Nachfrager von Gold gewesen. Allein in 2015 hatten wir im Gegenwert von 700 Tonnen alleine Schmucknachfrage in Indien. Dieser Trend wird sich weiter fortsetzen. Und der ist jetzt kurz mal unterbrochen worden, weil der Premierminister Modi ja die großen Banknoten da erstmal einkassiert hat. Aber das dürfte eher den langfristigen Trend noch unterstützen. Also ja, ganz klar, wir sind der Meinung, Gold ist aktuell ein sehr positiver Vermögensbestandteil. Das Jahr 2016 war von vielen politischen Ereignissen geprägt. Ich habe es kurz in der Anmoderation erwähnt. Das wird in 2017 wahrscheinlich nicht weniger werden. Stichwort Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich, dann natürlich im Herbst auch die Bundestagswahl in Deutschland. Welchen Einfluss wird das aus Ihrer Sicht auf die Entwicklung der Vermögenspreise haben? Wir sind der Meinung, dass das die Vermögenspreise künftig viel stärker beeinflussen wird als in der Vergangenheit. Wir sehen sogenannte negative Megatrends in den Industrienationen. Es gibt ja auch viele positive, es gibt auch negative. Da haben wir einmal das Schuldenwachstum, mittlerweile müssen wir von einer Überschuldung sprechen. Dann haben wir die demografischen Trends und dann haben wir als dritten Punkt das schwache Wachstum. All diese Aspekte führen dann zu Maßnahmen, zum Beispiel der Notenbanken, Stichwort Negativzinsen. Die führen jetzt zu diesem komplexen Brexit-Prozess in Großbritannien. Oder zum Beispiel das Thema Protektionismus in den USA unter Trump mit den Autobauern in Mexiko. Das ist ja derzeit ein sehr aktuelles Thema. Das sind eben Entwicklungen, die auf diese großen Trends zurückzuführen sind. Welchen Rat können Sie denn abschließend den Anlegern geben? Wie sollten die sich in diesem ja doch recht unbekannten Territorium, dieses Schuldenüberhangs, dann bewegen im Börsenjahr 2017? Ich glaube, eine wesentliche Erkenntnis ist, dass es den risikolosen Zins einfach nicht mehr gibt. Wir haben einen 30-, 40-jährigen Schuldenboom gehabt. Das Thema der nächsten fünf bis zehn Jahre ist Schuldenabbau. Und jeder Prozess dieses Schuldenabbaus hat Nebenwirkungen und Risiken. Ist also nicht einfach zu haben. Und jeder Anleger muss sich quasi vor einseitigen Risiken schützen. Wenn wir eine große Inflation bekämen, würde das die Geldwerte stark betreffen. Wenn die Zinsen stark steigen sollten, können die Immobilienpreise auch stärker wieder unter Druck kommen. Also es geht darum, sein Vermögen vernünftig zu diversifizieren. Und auf diesem Fundament der vernünftigen Streuung kommt dann unsere Aufgabe ins Spiel als Vermögensverwalter, die sich ständig ergebenden Chancen zu nutzen. Und die wird es auch in 2017 bestimmt geben. Ein Blick auf das Börsenjahr 2017 von Mirko Kohlbrecher von Spiekermann & Co. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.